Das ist Einsatz Gesundheit, der Tag. Herzlich Willkommen, auch im Monat Februar. Einmal im Monat reden wir mit spannenden Persönlichkeiten, mit Menschen, die im Schweizer Gesundheitswesen arbeiten, in der Pflege zu Hause sind. Und heute gehen wir in den Operationssaal. Es ist Amina Karnusian, die seit dem September als ausgebildete Pflegefachfrau Operationstechnik HF arbeitet. Sie arbeitet dort, wo wir die Situationen meistens aus dem Fernsehen oder aus Serien her kennen. Und jetzt wollen wir auch mal genau wissen, wie es in dem Raum, wo die meisten am Schlafen sind, zu und her geht. Das ist Einsatz Gesundheit, der Tag mit Patrick Hessig. Amina, hoi. Hoi Patrick, hoi. Herzlich Willkommen bei uns. Ich habe gesagt, wo wir meistens am Schlafen sind. Also natürlich nicht die, die arbeiten, sind am Schlafen, hoffe ich zumindest. Sondern Patientinnen und Patienten im Operationssaal Fachfrau Operationstechnik HF. Das klingt für mich als irgendwie ein Mix zwischen Elektroinstallateur, Spengler und Kältetechniker. Aber ihr seid, glaube ich, nicht wirklich Handwerkerinnen und Handwerker, oder? Nein, das nicht. Aber klar, haben wir sehr viele medizinische Geräte, die wir auch kennen müssen. Und das Technische ist mehr eigentlich auf die Operationstechnik bezogen. Also wir haben ja so viele verschiedene Varianten zum Operieren. Ob es eine, die gleiche Operation schluss am Ende ist, aber hat mehrere Wege für die Operation schluss am Ende durchzuführen. Also sei es offen, also wenn wir wirklich klassisch Patienten und Patientinnen aufschneiden, also blöd gesehen, von oben bis unten. Oder halt auch mit kleinen Schnittchen, mit starren Instrumenten, also eigentlich mit Kameraführung reingehen. Oder natürlich auch eigentlich das Neuesten mit dem Da Vinci, mit dem Roboter, wo dann der Chirurg halt in der Konsole nebendran oder auch in einem anderen Kontinent operiert. Also von dem her kommt es eher so ein bisschen von dem. Okay, also du hast schon ganz viele Sachen erwähnt, wo ich gerne das eine oder andere noch ein bisschen gneuer, dann möchte ich erfahren, klingt schon sehr technisch. Verzähl mal, du hast jetzt im September abgeschlossen mit deiner dreujährigen HF-Ausbildung. Und vorher hast du ja auch, wie ich auch als Quereinsteiger, ein ganz anderes Leben gehabt. Wie ist dein Werdegang? Also ich habe noch das 9. Schuljahr gemacht, bin aber dann ins Gymnasium gegangen, also habe ich Matur gemacht, die Eidgenössische. Und habe dann angefangen zu studieren, so wie man es halt macht, so wie man es früher erkennt hat, machst du Matur, gehst du studieren. Aber mir hat das dann einfach nicht so zugesagt. Es war mir halt zu theorielastig, und das sechs Jahre zu machen, hat mir wirklich nicht zugesagt. Und ich bin dann eigentlich durch eine Kollegin darauf gekommen, die von dem geredet hat. Ich habe mit dieser dazumal gearbeitet nebenbei, und sie hat mir von diesem Beruf erzählt. Und so bin ich dann eigentlich mega schnell im Quereum an eine Informationsanlass gegangen. Darf ich eine Frage, was hast du angefangen zu studieren? Gesundheitswissenschaft und Technologie an der ETH. Ja gut, das ist ja… Es ist schon sehr theorielastig. Sehr schön. Also nicht Medizin, es war nicht die Chirurgin, die dich irgendwie gereizt hat, aber es ist dir dann eben zu theoretisch geworden und darum hast du aufgehört. Ja, also, die Chirurgie habe ich mir schon immer auch schon überlegt gehabt, aber irgendwie, früher ist das halt noch so gewesen, ist einem irgendwie ein bisschen gepredigt worden, dass Medizin ewig lang geht. Aber jedes andere Studium geht genau gleich lang. Und bei mir ist dann der Punkt gesagt, nein, das mache ich nicht, das geht mir zu lang, aber jetzt auch im Nachhinein. Okay, also das Medizinstudium hast du kurz überlegt, aber es geht ein bisschen lang. Ja, das stimmt natürlich. Es geht lang, man verdient lang nichts, dafür nachher sehr schön. Aber genau. Und du hast dich dann entschieden, um Operationstechnik HF zu machen. Wie sieht denn so ein typischer Alltag aus? Ich bin zum Glück in meinem Leben erst einen Tag im Obst gewesen, nämlich dann, wo ich einmal im Weitspital in Zürich schauen durfte. Ich habe keine Ahnung. Verzeih mal. Also wir haben natürlich Schichtbetrieb. Also wir haben auch Nachtdienste und Beigendienst, Frühdienst, Zwischendienst, Spätdienst. Also normal ist ja Frühdienst, wir fangen sieben an mit einem Rapport, da sind wir alle zusammen. Und da wird eigentlich vor Nacht rapportiert, allgemeine Informationen, also fachspezifisch, was es Neues gibt und so weiter und so fort. Und nachher haben wir jetzt eigentlich, das ist halt nicht in jedem Spital so, aber jetzt bei mir auf meiner Abteilung, haben wir dann fachspezifische Rapporte noch. Also zuerst allgemein alle zusammen und dann fachspezifisch. Und ja, und nachher gehen wir eigentlich schon in den Operationssaal, gehen alle Materialien überprüfen, die wir für die Operation brauchen. Wir lesen unsere Krankengeschichte ein und ja, und nachher eigentlich kurz darauf ab, tun wir uns schon steril einkleiden. Also wir sind immer zu zweit im Saal, das wissen halt auch viele nicht. Also zwei Operationstechnik-Kf-Menschen. Ja genau. Also jemand, der sich dann steril einkleidet, der am Tisch ist und direkt dem Operateur assistiert. Und jemand, der halt unsteril im Saal ist, alles administrative, macht die ganze Doku und halt als Material, was sonst intraoperativ noch gebraucht wird, steril anreicht. Okay, okay. Also dann kommen wir dir irgendwann mal einen Obstplan rüber. Du siehst, ja, okay, Tag X, jetzt haben wir irgendwie fünf Obst geplant und dann nachher ein Gumpstück quasi von der Schultern zu den Hüften an den Fuss und dann zum Herz und kurz vor dem Heimgang noch schnell einen Dickdarm, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ich habe jetzt halt immer nur im Unispital gearbeitet und mal kurz noch in der Schulter, sind wir eine Ausbildung. Und wir sind halt sehr fachspezifisch, also wir haben halt rein die Klinik, rein die Klinik. Wir springen nicht von hier nach da nach da. Also wir sind schon spezialisiert auf einem Fachgebiet, was halt, würde ich jetzt mal sagen, ein grösseres Spital ausmacht, dass halt so spezialisiertes Fachpersonal herrscht pro Abteilung. Du schaffst in einem grossen Spital, im Unispital in Zürich, dort ist man natürlich fachspezifisch unterwegs. Jetzt hat man diese Fachspezialisten, die eigentlich jeden Tag ähnlich so operieren. Wo bist denn du am Arbeiten? Also seit dem Oktober bin ich im F-Obs im Unispital Zürich. F-Obs heisst so, es ist im Stock F, aber es kennen eigentlich relativ viele, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und das hat vier Kliniken, das ist die Herzchirurgie, die Viszeralchirurgie, die, die es nicht kennen als Magen, Darm, Leber, Magen, also ja. Thoraxchirurgie, also Lungen- und Gefässchirurgie und Hybridsaal. Okay. Und du hast auch etwas in diesen vier Bereichen? Oder bist du meistens beim Herz oder bei den Leberen oder beim Thorax, irgendwas sonst noch? Also es ist so, wenn man neu im F-Obs anfängt, dann tut man eigentlich durch und rotieren. Jedes Fachgebiet wird für drei Monate eingeschafft. Also bist du eigentlich, wenn du angefangen hast, noch ein Jahr lang am Einschaffen. Und nachher entscheidest du dich für eine Klinik. Es gibt auch Springer, die dann halt einfach für alle vier Fachbereiche eingesetzt werden können. Einfach dort, wo es halt jemand braucht, wenn jemand krank ist oder wie auch immer, wenn es mal einen Saal mehr gibt in diesem Fachgebiet. Aber eigentlich tust du dich dann schon für eins von diesen vier Fachgebieten entscheiden. Okay. Und welches wäre es bei dir? Oder ist es dann einmal? Ich bin noch so ein bisschen am Währweiseln, Herz- oder Viszeralchirurgie. Okay. Also du bleibst bei den Innereien irgendwo da in der Mitte des Körpers. Ja gut, Herz ist natürlich spannend und wichtig und gewichtig, ist klar. Du hast gesagt, die Instrumente parat zu machen. Also muss ich mir das so vorstellen wie im Film oder in all diesen Grey's Anatomy- oder Nightshift-Serien, die es ja gibt. Dann heisst es Skalpell und dann gibt es ein Skalpell, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung was, einen Amboss und einen Hammer oder so. Und dann reichst du den oder erzähl mal schnell, was dann intraoperativ, wenn es dann läuft, und dann reichst du das, was du machst. Also klar sagen die Chirurgen auch, ich brauche das und das Instrument. Aber was wir halt lernen, ist eben die ganze Operationstechnik, die ganze Operationsabläufe. Wir müssen wissen, was der Chirurg braucht. Also eigentlich eine gute Fachfrau, gute Fachmann, Operationstechnik, die wissen schon, was man braucht. Oder wir schauen mit, wir verfolgen die Operation und sollten eigentlich sehen, was sie brauchen. Also und auch standardisierte Operationen, wo wir halt gleich heutzutage viele haben, wo wir halt viel machen. Ja, dann weisst du die Abläufe. Und dann weisst du genau, was der Chirurg will. Der Chirurg will das, der Chirurg will das. Also wir haben ja Schemen, wo das halt draufsteht, welcher Chirurg was wünscht. Und das sind ja Dieven, oder? Ist das jetzt einfach so ein Mythos? Sagen das nur böse Zungen? Oder ist das wahr? Sag es uns einmal. Ja, schon auch. Also es gibt diese und diese. Also ich sage, es gibt ein paar, die sind wirklich so halt drauf, ja, ich will das und so und nicht anders. Auch wenn es jetzt niemandem schaden würde, weil jetzt die Nadel vielleicht nicht genau so eingespann ist, wie man sie will. Aber er möchte sie so oder sie, ja genau. Aber dann gibt es natürlich auch die so, ja, ist das okay, ja, ja, einfach das. Einfach irgendetwas. Okay, okay. Also es gibt schon, es gibt Welten dazwischen. Wie ist denn da so die Stimmung untereinander? Man weiss ja vom Medizinbereich, das ist klar eine hierarchische Struktur, fast zum Teil auch eine militärische Struktur. Je nachdem, ob es braucht es vielleicht auch, dass einer den Ton angibt und die anderen die machen dann mit. Wie empfindest du das? Ist es ein angenehmes Arbeiten? Ist es manchmal etwas mühsam? Weil halt einfach einer ist der Chef und du höselst da immer hinterher. Oder wie würdest du das einschätzen? Ich finde gar nicht. Was ich bis jetzt erlebt habe, ist eigentlich sehr angenehm. Also unsere Chirurgen und Chirurginnen sind wirklich sehr lieb und es ist wirklich das Miteinander zu arbeiten. Also jeder ist aufeinander angewiesen und ich finde, das spüren wir schon im Obst. Und ich finde es so mega schön, dass wir das so haben. Ich weiss, das ist nicht in jedem Spital so. Das habe ich ja schon von anderen gehört. Aber ich habe bis jetzt eigentlich nur Gutes erlebt. Also es ist wirklich ein freundliches Guten Morgen, wie geht's? Also wirklich, die Stimmung ist sehr gut. Klar gibt es die Ausnahmesituationen, wenn halt irgendeine Situation mal kritisch wird. Und dann ist klar, dass man halt die Stimmung anpasst und das hat dann auch der Chirur gesagt, was, wie, wo. Aber das braucht es ja dann auch. Also man kann nicht jedes Mal so locker sein. Also das ist schon situationsbedingt. Aber im grossen und ganzen ist die Stimmung eigentlich super. Cool, das ist schön zu hören, oder? Weil es geht ja immer mehr in diese Richtung, dass man wegkommt von dieser klaren Hierarchivstruktur, aber dass das Zusammen schaffen gleich gut möglich ist. Du, es gibt ja dann auch so einen Mythos. Manchmal kennt man das auch von den Fernsehsendungen her, dass man da während einem Ops ein Skirennen schaut, oder so ein wenig von den Ferien erzählt, oder sich noch irgendwie der letzte Witz erzählt vom Wochenende. Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, Skifahren haben wir jetzt noch nie genug. Wir haben ja keinen Fernseh im Ops, also so ist es nicht. Aber bei routinierten Eingriffen, die so standardisiert sind, da kann man gut auch mal Musik hören. Also klar, da muss man eben auch wieder abwägen. Ist es situationsgerecht? Können wir das machen? Können wir nicht? Und dann sagt auch der Chirurg, jetzt wird die Musik abgestellt, jetzt ist es gerade ein wenig heikel. Aber eben, wir reden auch untereinander. Wir haben ja auch Privatgespräche. Also das ist wirklich eigentlich relativ locker. Also viel gesehen halt das ja Operationssaal, so und so. Aber eigentlich ist es ja für uns halt ein alltäglicher Job, oder? Ja, ja. Also für uns ist das halt Normalität. Für viele ist das halt wie nicht zu denken, dass man halt auch locker umgehen kann. Bei so standardisierten und routinierten Eingriffen kann man gut auch mal lustig haben. Also. Okay, vielleicht kannst du konkreter sagen, bei welchen Operationen redet man jetzt am meisten und ist man da weniger so fokussiert, weil es sind jetzt so die Standard-Obs, wo du sagst, ja schnipp schnipp und gut ist und da nimmt man so die Flocken. Was sind das für Operationen? Ja, also das ist natürlich so. Bei diesen und diesen Eingriffen kannst du jetzt nicht so sagen. Es ist natürlich auch immer patientenspezifisch. Was für Vorerkrankungen, Probleme nehmen die mit? Aber sonst so. Also halt elektive Eingriffe, wie vielleicht ein Magen-Beipass, den du auch laparoscopisch machst, die halt eigentlich relativ immer den gleichen Schritt machst, wo auch Komplikationen vielleicht nicht so gross sind, oder sehr, sehr selten. Und ja, einfach so ein wenig, ich sage jetzt, für mich halt kleinere Eingriffe. Ich meine, für andere und für Leute, die halt in der Narkose liegen, ist das etwas riesiges, aber für uns ist das halt eben schon eher klein. Ja, aber es ist auch ruhig zu hören, oder? Jetzt gerade jemand, der Angst hat oder Bedenken vor, jetzt sagen wir gleich, ja, Magen-Beipass. Für euch ist das Routine, ihr macht das wie ein KV-Lehrling, eine Excel-Tabelle ausfüllen oder irgendein PDF in ein Word umwandeln und so, macht ihr einen Magen-Beipass. Natürlich geht es um einen Menschen, der schläft, der ja auch in den Händen liegt, aber es ist etwas, was ihr im Griff habt, oder? Ja, klar. Also ich meine, das wird ja nie vergessen, dass da ein Patient oder eine Patientin vor uns liegt. Also da wird auch immer drauf geschaut, auf alle Hygienemassnahmen, und eben, es wird auch etwas gesagt, wenn irgendetwas auffällt oder so, das mir jetzt noch nie passiert ist, aber es ist auch so, dass man das so gut sagen kann. Also so ist es nicht. Okay. Was ist so die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen muss, um als Fachfrau Operationstechnik zu arbeiten? Was würdest du sagen? Ich denke, du musst schon eine Persönlichkeit mitbringen, wo man auch jemandem etwas sagen kann, wenn etwas nicht korrekt ist. Wir sind verantwortlich für die Hygienemassnahmen im Operationssaal, und wir schauen immer, dass alles steril ist. Und auch für die Patientenlagerung zum Beispiel, wenn etwas nicht gut ist, dass wir darauf hinweisen. Und ja, also eigentlich hauptsächlich das ganze sterile Umfeld haben wir natürlich im Blick. Also es laufen ja da auch andere Disziplinen rum, die halt vielleicht nicht die Affinität an Sterilität haben wie wir. Oder wenn mal Vertreter kommen, oder was auch immer, dass wir halt intraoperativ auch immer alles im Rundumblick müssen haben. Ja, dass die Standardmassnahmen eingehalten werden, der von Leuten, die jetzt nicht fix in dem SZ in deinem Fall arbeiten. Gibt es jetzt etwas, wo, wenn du am Morgen kommst und dann siehst auf der OPS-Liste die Eingriffe, und du denkst, oh, es wird ein bisschen langweilig heute. Was gehört etwas zu diesen Eingriffen, die du weniger gerne hast? Also, ich habe natürlich am liebsten offene Sachen. Dementsprechend ist halt alles, was halt über die Videokamera geführt ist, oder eben mit dem Roboter, ist halt für uns auch nicht mehr so spannend, also spannend als ich, wir können die Operation gleich mitverfolgen, aber wir haben viel weniger zu tun intraoperativ. Weil halt mit dem DaVinci zum Beispiel, die haben halt 360 Grad Armbewegung, und die können eigentlich sehr viel, also die Chirurge können sehr viel präparieren mit diesen wenigen Instrumenten, und da haben wir halt auch nicht so viel zu tun. Ja, das ist ja. Und da schaut schon so, ja okay. Oh, schon wieder ein DaVinci. Nein. Ja, genau. Etwa so. Ja, also es muss offen sein, sonst etwas geht. Alles klar. Gut, also der DaVinci, ich möchte noch schnell ein bisschen bei dem bleiben. Das ist ein riesiger Roboter, der irgendein Chirurg dann wie gamet, oder? Kann man sich vorstellen, so ein bisschen runtergebrochen, ab wie da gesagt. Und der kann irgendwo auf dieser Welt ziehen. Ja, dann erzähl uns noch ein bisschen zu dem etwas. Also das ist wirklich eine eigene Konsole, mit so vier Armen, wo du die Instrumente andocken kannst. Und die gehen nachher in die Patienten rein, durch kleine Schnittli. Und dann hat es zwei, ich weiss nicht, ob es immer zwei Konsolen sind, aber in der Regel sind es zwei Konsolen, wo die Chirurgen dann dran sitzen, also unsteril, die müssen sich nicht steril kleiden. Die schauen dann durch eine Kamera, das ist ja 3D. Also die sehen dann auch wirklich, also die ganzen Strukturen viel besser. Und die haben dann so, wie sagt man das, so wie Joysticks blöd gesagt? Ich weiss nicht, wie man das sagt. Und die können dann wirklich so operieren, und die Instrumente, die an diesem Gerät, also an diesem Da Vinci, dran sind, dann so steuern. Also es kann, mit der Verbindung kann da auch jemand irgendwo anders sitzen, in einem anderen Raum, auf einem anderen Kontinent, und dann über diese Verbindung operieren. Das ist schon krass, oder? Die neueste Technologie, ja. Also ihr macht die Instrumente beim Da Vinci hin, und wenn alles parat ist, geht es los? Genau. Okay. Und wer macht den Schnitt? Auch den Computer? Nein, 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 nein. Also es ist immer der Assistenzarzt, der ist auch immer am Tisch, also da ist immer auch ein Chirurg am Tisch, eben falls es Komplikationen gibt. Und wir setzen eigentlich mit ihm zusammen die Druckaaren, und die Instrumente werden platziert. Häufig schon der Chirurg, der dann ihre Konsolen operiert, und sich zuerst noch einwäscht, und alles genau so einstellen, wie er es will. Macht sich dann unsteril, und sitzt an die Konsolen her. Okay. Wow. Also, ich sage jetzt mal, ein Beruf für all die, die jetzt vielleicht so 15 bis 20 sind, und zu Hause am Gamen sind. Genau. Ich könnte das durchaus eine Alternative sein, um das nachher auch als Beruf zu machen. Aber man braucht ein Medizinstudium, das lange geht, das schwierig ist, und bis man so weit ist in der chirurgischen Laufbahn, ja, da ist man dann nicht mehr 20, oder? Nein, definitiv nicht. So ein bisschen vom Stunden-Anzahl-Schaffen, man gehört ja immer von den langen Operationen, so 7 Stunden, 8 Stunden, wie geht man an so etwas an, wenn man weiss, hey, jetzt bin ich 8 Stunden dran. Also, ich kann mir vorstellen, das ist noch schon toilettetechnisch und trinktechnisch schwierig, oder? Also, wenn ich sehe, dass ich 8 Stunden am Tisch stehe, dann trinke ich am Morgen sicher noch Kaffee, isse etwas, und bevor ich mich wische, gehe ich noch auf die WC. Ja. Das ist so die Routine. Aber ich muss sagen, wir haben halt wirklich viele grosse Operationen, die häufig 8 Stunden oder darüber gehen, also so, ich sage jetzt vielleicht im Durchschnitt 6-7 Stunden schon. Und ja, ich sage jetzt mal, eben, du musst halt das auch ein bisschen, also, jetzt im F-Obs, gehst du halt auch ein bisschen mit diesem Gewissen dorthin, oder? Du hast die grossen Eingriffe, du hast die komplizierten Eingriffe, und du weisst, du stehst viel. Also, ich habe keine Pause, wenn jetzt ein 8-stündiger Obs… Nein. Aber das, also, du kannst natürlich, wie du jetzt wirklich sagst, ich mache jetzt echt nicht mehr, oder ich muss jetzt auf die WC, kannst du dich schon irgendwie ablösen lassen, aber das macht schon nicht, das ist viel zu mühsam. Ich glaube, wenn wir abgelöst werden am Tisch, musst du die ganze Zellkontrolle übergeben. Ja, klar. Immer unter 4-Augen-Prinzip, musst du dann alles zählen, und dann, für nur, dass du eigentlich die halbe Stunde schnell essen oder trinken kannst, und dann wirst du wieder zurückgelöst, also, es ist eigentlich mehr Aufwand betrieben. Und die 8-Stunden, gehst du schnell vorbei. du bist so konzentriert, und du bist eigentlich immer etwas am machen, dass das eigentlich relativ schnell geht. Also, kommt mir gerade etwas in den Sinn, was man mitbringen muss, zum Fachfrau von Operationstechnik HF? Eine gute Blase? Und einen stabilen Blutdruck. Sonst schaffst du das nicht. Lassen kannst du trainieren. Lassen kannst du trainieren. Beckenbodenmuskulatur. Genau. Fast wie vor der Geburt. So. Was ist das Thema, weisst du, wegen des Blutdrucks? Kippen. Wer kippt am ehesten im Operationssaal? Oder ist dir das auch schon passiert? Mir ist es noch nicht passiert. Ich würde behaupten, also, ich habe sie nicht miterlebt, aber ich würde sagen, die Unterassistenten, die zuerst einmal im Obst sind. Ja. Die haben vielleicht noch nie das ganze Gedärm gesehen, offen, mit Blut und was auch immer. Also, ich glaube schon eher die. Ausser die, die ich auf der Gynäkologie gearbeitet habe, bei den Kaiserschnitten, wenn die Väter nach oben über einen Vorhang schauen dürfen, dann siehst du nach oben, wie sie gleich weiss werden. Ja. Dann musst du dich dann auch noch um die Puppe kümmern. Ja, sitzend wieder. Ja. Ich kann mich erinnern, ich war eben einen Tag in meinem Leben im Obst und habe dort vier oder fünf Operationen miterlebt. Und dann weiss ich noch, sie ist um ein künstliches Schultergelenk gegangen. Dann sagt der Chirurg zu mir, Patrick, du darfst alles schauen, du darfst alles fragen, überall hinter den Vorhang und so. Aber was ich nicht kann, heute mich auch noch um dich kümmern. Oder? Bist du dir das einfach bewusst? Ja, ist gut, ich glaube, ich verträge das, ist okay. Und dann ist es losgegangen, bin ich da gestanden, habe wirklich überall hin und rein geschaut, wo ich konnte, weil es mich wirklich interessiert hat. Und jetzt kommt genau das, was du erzählt hast. Und nebendran, der Asi oder Unterassistent, bin ich nicht mehr sicher, ist ja gleich. Nein, sie ist ja so hinterher, mit dem Kopf an die Wand und dann hat sie einfach dumm, 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 dumm. das tut mir dann aber echt leid, so nein. Das ist dann so gemein, oder? Man kümmert sich dann um den Azubi der Pflege im Vorfeld, das Gefühl nicht, dass Dana nimmt und nachher nimmt das ganze Brandrober, weil ich gar nicht gedacht habe. Aber so schnell sie vereist ist, ist sie dann auch wieder da gewesen. Für ein Biberli und ein Gucki. Du, ihr habt ja im Beruf auch viel mit Schicksal zu tun, auch mit dem Tod, das ist ja im Zusammenhang mit einer Operation schon immer da. Wie geht man mit dem um, wenn man weiss, ob jetzt kommt ein sehr instabiler Patient, etwas heikel wird, geht man da anders an die Arbeit? Eigentlich gar nicht. Also, du machst ja eigentlich immer dein Bestmögliche. Also, es spielt jetzt eben keine Rolle, ob jetzt das ein einfacher, elektiver Magen-Beipass ist, oder jemand, der halt schon eine lange Krankheitsgeschichte und Operationsgeschichte hinter sich hat. Was halt eben, vielleicht ändert, ist eben, dass bei dieser Operation, die eben ein bisschen heikler ist, etwas geübtere und erfahrenere Fachpersonen daran gehen. Aber ja, eigentlich tust du ja alle Patienten gleich behandeln. Das ist wirklich so. Also, wir gehen nicht daran her und sagen, ja, mit dem mache ich jetzt das nicht so, und mit dem mache ich das so überhaupt nicht. Also, es ist schon bei allen gleich. Bei allen standardisiert und gleich professionell. Welches ist der Moment, wo du dich am meisten darauf freust, was machst du am liebsten in deinem Job? Was mache ich am liebsten? Ja, die grossen und komplizierten Eingriffe. Okay, du bist, glaube ich, wirklich ein bisschen eine Operation-Rampensau. Ja, so sagen wir schon. Also, wie kannst du nur? Ich meine, es ist ja dann auch, aber so, ja, wahrscheinlich gemeint sagen, ich freue mich auf die komplizierten Sachen, was ja eigentlich meistens für Patienten halt ein grösseres Leiden bedeutet, aber ja, es ist halt spannend zu stehen. Aber das spricht ja für dich und das spricht ja auch für den Patienten. Ja, ja. Oder wenn man sich auf etwas freut, auch wenn es jetzt nicht so für Leier oder Patienten nicht so angenehm ist oder anbietig. Das ist ja ein gutes Zeichen, oder? Auf jeden Fall. Und dann macht sie verschmitzt. Ja, es ist gut, so wie es ist. Also, ich glaube, du hast mit deiner Ausbildung irgendwie etwas getroffen, wo du völlig aufgehst drin? Ja, ich glaube so. Also, ich denke wirklich, ich bin jetzt da angekommen und ich will sein. klar, ich weiss nicht, ob ich das mein Leben lang machen werde, aber jetzt für die nächsten paar Jahre ist das so gut für mich gepasst und ich gehe wirklich jeden Tag mega gerne arbeiten gehen und ich finde das Team super. Und ja, also, es macht wirklich Freude. wenn du an die Ausbildung zurückdenkst, wie würdest du die einschätzen, hat man einen da gut vorbereitet in der Theorie, wo man dann nachher in der Praxis plötzlich das alles sieht, was man gelernt hat. Ich kann mir vorstellen, gerade in eurem Job sind das extrem zwei Paar Schuhe. Mhm. Ich finde schon, wir hatten halt so blockweiss Schuhe und hatten immer so verschiedene Themen in jedem Block und da bist halt ein Thema angegangen, sei es Krankheitsbild, sei es eine Operation und wir haben eigentlich alles drum und dran besprochen. Also, die vier verschiedene Operationstechniken, man hat das Krankheitsbild angeschaut, die ganzen Komplikationen und du musst das dann alles selber erarbeiten. du musst aus verschiedenen Büchern einlesen und alles zusammentragen. Und, eben, es gibt dann, sicher gibt es Abweichungen in jedem Spital auch und wie die das dort machen. Aber, grundsätzlich finde ich eigentlich, dass das von der Theorie her sehr gut war. Also, ich habe mich jetzt mega gut getroffen, dass ich immer in der Schule die Theorie hatte und dann genau auf das Fachgebiet bekam. Also, habe ich das immer sehr gut anwenden. Ja, also, ich finde eigentlich schon, das dadurch, dass du immer blockweise Schuhe gehabt hast und nirgends das Praktikum hast du das auch immer anwenden. Was gibt es jemandem mit auf den Weg, der jetzt morgen oder übermorgen oder bald diese Ausbildung anfangen will? Ja, sicher bleiben offen. Also, flexibel sein und eben offen für Neues, offen für neue Leute vor allem und für viele verschiedene Disziplinen und sicher eben auch Stärke mitnehmen sei es für die langen Operationen oder eben für wen mal jemand im Operationssaal stirbt. Aber da kann man auch immer gut mit Teammitgliedern oder Psychologen haben wir auch im Spital darüber reden, also das sicher. und ja, es ist sicher viel Freude. Also, halt auch das eigenes Praktikum richtig wahrnehmen, was man vorher machen muss, schauen, ist das etwas für mich, kann ich mich da wirklich sehen, zukünftig. Verstehe ich, das richtig ist sehr, etwas für starke Persönlichkeiten? Ja, ich denke es schon. Also, du musst schon eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, um, ich sage jetzt mal, in diesem Beruf zu überleben zu können oder das dir auch langfristig Spass macht. Ja, Und wenn ich dich so anschauen und anhose jetzt in der letzten halben Stunde, wenn ich einmal eine ekele Operation hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich erhoffen, ist Amina noch da mit ihren definitiv sterilen Instrumenten und mit der Freude, die du jetzt erzählt hast und der Lust auch auf die Arbeit zu machen, die weiss Gott nicht jeder kann und nicht jeder will. Herzlichen Dank! Ja, danke dir! Wir durften zuhören in dein spannendes Leben und dass du deine Geschichten bei uns erzählt hast. Sehr gerne! Merci vielmal! Wünsche dir auch! Danke vielmal! Und wir hören uns hoffentlich im nächsten Monat wieder. Das ist Einsatzgesundheit der Tag! Einmal im Monat auf dem Kanal, wo ihr jetzt schaut oder zum Schauen oder zu hören auch gerne auf anderen Kanälen. Verzählt es weiter! Daumen hoch, wenn man liken kann, ist immer gerne gesehen und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Gute und bis dann! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!